Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction Vorschlägen, heute reagieren wir If Mario was in Team Fortress 2, ich muss ganz ehrlich sagen, das Game habe ich nie gezockt, Team Fortress, ich habe es mir immer so bei anderen angeguckt und habe mir so gedacht, nee, alles klar, damit verschwendest du nicht deine Zeit, du guckst lieber weiter meine meine Decke an, mir ist gerade nichts besseres eingefallen oh, scheiße ja, das ist natürlich schlecht oh, oh, oh 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 Ja, so schnell kommt man ins Boot. Das erinnert mich voll hier gerade an Rowan, also in Amerika, ich wisse gerade gar nicht mal wie die Gang heißt, da gibt es eine Gang, also zwei Gangs, ich wisse gerade nie wie die heißen. Die Ehen tragen blau, die anderen tragen rot, ist leider ein sehr heftiger Gangkrieg, aber wenn du da in der Gegend mit roten Sachen rumläufst, das ist so oft von der Polizei angehalten, weil die denken, dass du zu der Gang gehörst, aber da muss erst mal der Polizei erzählen, ja, ich trage halt gerne rot, aber interessiert die nicht. Die denken dann sofort zu ihr Gang, tschüss, gehst hier ins Gefängnis, also ich war gerade schon nach Hause, also für viele ist es ja schon das Zuhause, aber gehst hier ins Gefängnis. Nur weil du rot getragen hast und weil die denken, du wärst so, wärst halt in der Gang so mit dabei. Gar nicht stimmt, weißt du? Stell dir mal vor, ihr macht da so Urlaub und tragt einfach nur rot, weil ja rot so, ja, findet ihr halt, ist eine schöne Farbe und auf einmal kommt ihr jetzt noch ins Gefängnis. FTS liebt, war gut. das ist die lobby, wo wir glaube ich schuhen Ich dachte, man sollte doch erstmal in den Raum. You are dead! Oh god, he's happening! Oh no! Help me! Here we go! Nope. Oh, what's up? I got you! Momma ! I want that hat. You will give me that hat. Mama mia. Need a dispenser here. Need a dispenser here. Need a dispenser here. Need a dispenser here. Yahoo! I'm gonna get you. Watch out. Need a dispenser here. I am an invincible unicorn! I am an invincible unicorn! Yeah! Ha ha ha! I will give you green paint and the J-Pag for that hat! No! No! I want that hat! Get your black scottish drunk ass out of here! Manchmal, wenn ich solche Reaction-Vorschläge bekomme, denke ich mir, wenn ich die mir so angucke, irgendwie habe ich was genommen oder so? Irgendwie, das sind so bescheuert. Wirklich so. Ist manchmal, ne? This hat, right here! That hat is a piece of shit! Ahahahahahahahahahah! Ahahahahahahahah! Hmm! Oh! Mama mia! Loki-Doki! Hey, Stingy! 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 Es ist ein Stück, ein Stück, ein Stück! Ich bin ein Stück, ein Stück, ein Stück! Oh, no! Mamma mia! Oh, Bruder! Come hier, Fischi Fischi! Oh, no! Ich glaube, das war keine Limonade. Surprise, motherfucker! Mamma mia! Surprise, motherfucker! Oh! Ups! Das Geile ist, ich habe gestern mit einem Kollegen Outriders gezockt. Und ich habe dann wieder so gemerkt, ich bin voll geskillt mit der Sniper. Die bewegen sich null, wirklich null Zentimeter. Also wirklich null Zentimeter bewegen die sich. Und ich schieße sich immer daneben. Also ich kriege das bei keinem Spiel hin. Also mit der Sniper irgendwie zu spielen. Ich schieße sonst wohin. Aber nicht das, was ich treffen will. Mamma mia! Come back here! Oh, mamma mia! What are you doing? What's going on here? Surprise! Butt! You scotch, son of a bitch. I want that. Du hast noch nie Crossout gespielt, dann ist es jetzt an der Zeit, Crossout ist ein kostenloses Actionspiel, in dem du ein bisschen was von der von den anonymen Sandwich. Sandwich-Karren. Wir wickeln besseres Wort ein. Rauchen ist scheiße. Rauchen ist scheiße. Echt? Ich bin ein Dreck. Echt? 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 impairment Echt? 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 Zecht? Czaa An raise BITCH! Was da gut, dass Soldier trainin', did ya? I'm DRUNK! You're me bloody wife now. I want that hat! I'm gonna beat the shit out of you if you don't get the hell out of there. Come get me! U-N-A. Oh mein Gott! Oh nein! Merasmus! Huzzah! Wir sind in der Bein! Oh, Mama Mia! Oh, ich sollte ohne Scheiß... Ich sollte aufhören, Tabletten zu nehmen. Also, Mom... Also, irgendwie... Ich sollte eigentlich das Video downloaden und jedem so zeigen und sagen, ist es bei dir auch so oder nur bei mir so? Incoming! Halleluja! Holy shit! I am a freaking wizard! What the fuck is going on? It's raping time! Woah, bitch! Woah! Woah! Here we goooo What the bullshit... What are we going on in the game? Woah! Woah! Yippii! Surprise! Was ist das für ein Zeug? Was ist das für ein Zeug? Was ist das für ein Zeug? Nein, nein! Nein! Wir haben den Zeug in der Anwesenheit gebrochen. Wir haben die Anwesenheit gewonnen. Way zu gehen! Hahahaha! Hahaha! Hahahaha! Mario hat man richtig angesehen, er wollte wieder zurück. Wenn ihr das Video genauso gesehen habt wie ich, dann weiß ich, dann bin ich ein normaler Mensch. Wenn das Video ganz anders ist, dann sollte ich irgendwie gucken, was in meinem Essen drin ist. Also da kann nur irgendwas in meinem Essen oder in meinem Wasser drin sein. Also das Video ist ein bisschen krank, aber auf einer lustigen Art sehr krank. Ich hoffe es hat euch gefallen, wir sehen uns definitiv dativ akquisitiv in der nächsten Aufnahme, bis dann haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.